Hi Leute und herzlich willkommen zum Tipp der Woche. Heute geht es um Futter. Das wird meistens in Säcken geliefert, also ganz normale Kraftfutter. Das soll man dann natürlich nicht einfach so stehen lassen, das wird feucht oder es kommen Lager, die beißen die Säcke durch. Deshalb lagern wir das Ganze in Tonnen und da gibt es dann auch Tonnen im Pferdefachgeschäft zu kaufen, die sind aber sehr teuer. Deshalb haben wir ganz normale Tonnen. Normale Mülltonnen von Baumarkt, die gibt es schon ab 4-5 Euro und die sind genau das gleiche. Es kommen keine Nager rein, sie kann man verschließen, dass das Futter trocken gelagert. Genau, das ist der Tipp der Woche.